Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video in dieser Tablet Basics Reihe und heute werden wir uns wie versprochen so ein bisschen die Einstellungen angucken, die notwendig sind vorzunehmen, wenn ihr euer Tablet einwandfrei in dem Programm benutzen möchtet, wie Photoshop oder Critter und ähnlichen natürlich auch. Ganz kurz strukturiert könnte man sagen, wird sich dieses Video wieder in drei Teile gliedern, das heißt der erste Teil sind die Windows, also Windows 10 Einstellungen, die wir vornehmen werden, das sollte eigentlich recht schnell gehen. Dann haben wir einmal die Tablet Treiber Einstellungen, auch da gibt es nicht so viel zu erklären, aber es sind einige notwendige Schritte zu unternehmen, damit das Ganze flüssig läuft und es ist halt wichtig, was ich so ein bisschen im Nachhinein auch dazu sage. Das werde ich so ein bisschen anhand meiner Vakuum Treiber natürlich demonstrieren, denn ich habe kein anderes Tablet zur Hand, aber nach dem, was ich so gesehen habe von Uon und XP-Pen und so weiter, sind die Einstellungen doch alle sehr sehr ähnlich, sodass man sich das ganz leicht ableiten kann. Deswegen hoffe ich, dass das Ganze für euch dann nützlich ist. Und zum Schluss der dritte Teil, der wird so ein bisschen meine Erfahrung beinhalten. Ich werde euch auch Tipps und Tricks geben. Ich werde euch so ein bisschen zeigen, wie euer Tablet zu liegen hat etc., wie man das Ganze in der Hand hat und ja, also ein bisschen auch euch Tipps dazu geben und vieles, vieles mehr. Dann werden wir auch so ein bisschen über Stabilisierungstools reden, für euer Lineart etc. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Wir werden das heute so ein bisschen lockerer Hand haben als im letzten Video. Wir gehen zuerst einmal hier ganz unten links in dieses Suchfeld und geben hier einmal Einstellungen ein. Das ist diese Einstellungen App. Da gehen wir drauf und hier sehen wir einmal Geräte. Da einmal draufklicken. Wichtig natürlich dazu zu sagen, ist, dass ihr euer Tablet bereits installiert und angeschlossen haben müsst. Es muss auf jeden Fall am Computer dranhängen und gestartet sein, sonst wird das hier nämlich erst gar nicht angezeigt. Dann habt ihr diese Einstellungsmöglichkeiten erst gar nicht in Windows. Hier, wie ihr seht, kann man schon sehen. Ich habe hier meine Tastatur, meine Maus etc. Und dazwischen ist irgendwo dieses Intus Pro L. Da habe ich das Ganze hier links in dieser Spalte. Gehen wir einmal auf Stift und Windows Inc. Und hier ist es eigentlich recht simpel und schnell erklärt. Könnt ihr euch einfach visuell daran orientieren, was ich hier so habe. Das ist eigentlich keine große Kunst. Wir möchten einfach nur all diese visuellen Effekte, die Windows uns gibt und all diese unnötigen Funktionen für uns als Künstler loswerden. Deswegen die ganzen Häkchen hier entfernen. Ich bin halt Rechtshänder, deswegen steht da ganz oben rechte Hand. Hier habe ich nichts verändert unter Handschrift, hier Mittel und diese Schriftart. Das ist eigentlich vollkommen egal. Nur im Tablet-Modus. Ganz wichtig auch hier ausstellen mit Fingerspitze im Schreibbereich schreiben. Brauchen wir überhaupt nicht natürlich. Und hier ganz unten alles auf Nichts stellen. Die beiden letzten Häkchen können von mir aus angehackt sein. Und dann sind wir hier auch schon durch. So einfach ist das Ganze. Diese ganzen visuellen Effekte müssen wir halt abschalten, sodass sie unserem Tablet-Treiber nicht in die Quere kommen, wenn wir unser Tablet mit verschiedener Software benutzen. Wir möchten unser Tablet einfach über unseren Treiber steuern und nicht wirklich über Windows Inc. Deswegen alles Unnötige hier ausstellen. Und dann sind wir hier auch durch. Wenn euch das jetzt zu schnell ging, bitte einmal einfach zurückspulen und einfach nochmal ansehen und gegenchecken. Dann kann ich das Ganze hier schließen und anschließend kommen wir auch zu den Treibern, beziehungsweise zu den Tablet-Treibern. Da gehen wir auch hier wieder ins Suchfeld und geben einmal Systemsteuerung ein. Da ist das Ganze schon. Gehen hier einmal auf Hardware und Sound. Und hier, je nachdem welches Tablet ihr habt, habt ihr auf jeden Fall irgendwie einen Treiber dazu. Wenn ihr irgendwie ein Juren verwendet oder so, wird das ein bisschen anders heißen. Aber ihr werdet hier irgendwo den Treiber dazu haben. Da gehen wir jetzt einmal drauf und dann öffnet sich auch schon hier der Treiber selbst. Ich schließe das mal im Hintergrund, damit man es besser sieht. Ich habe jetzt übrigens auch noch Criter offen, damit man so einen Kontrast dazu hat, was ich hier für Menüs öffne. Nicht wundern. Hier haben wir ein paar Sachen, die wir umstellen müssen. Zuerst einmal das Unwichtige. Vielleicht sieht es bei euch ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt einen zweiten Stift von der Arbeit her noch bekommen. Es ist im Grunde der gleiche Stift. Man sieht es hier auch. Exakt die gleichen Einstellungen. Nur ich habe jetzt halt die dünnere Variante noch bekommen, weil ich so ein bisschen Handverspannung gemacht habe vom Zeichnen. Und ich wollte einfach mal einen dünneren Stift ausprobieren. Also nicht wundern. Bei euch ist es wahrscheinlich eine Variante. Nicht davon irgendwie irritieren lassen oder so. Bei Funktionen könnt ihr hier natürlich alles mögliche ausprobieren. Ich benutze mittlerweile diese Express-Keys gar nicht mehr. Ich benutze nur diesen Touchring, um zu zoomen etc. Aber ihr könnt euch das hier gerne einrichten, wie ihr das möchtet. Ich habe mal eine Weile die unteren Express-Keys benutzt. Bin dann aber doch zur Tastatur umgestiegen, weil das für mich einfach angenehmer ist und da man sehr viel mehr Shortcuts da benutzen kann. Deswegen auch meine ganzen Tutorials sind dann mit der Tastatur natürlich. Braucht ihr also nicht wirklich. Wenn ihr hier etwas verstellt habt und ihr habt Angst, irgendwas kaputt zu machen, jede Einstellung hat hier den Standard-Button. Wenn ihr den einmal drückt, ist alles wieder auf Standard gestellt. Also keine Angst. Ihr könnt hier durchaus experimentieren. Hier, ehrlich gesagt, müsst ihr gar nichts machen. Hier habe ich auch nichts gemacht. Genauso bei Touch, wie ich ja schon im letzten Video angedeutet habe. Ich benutze diese Funktion überhaupt nicht. Wir steuern das Tablet mit dem Stift. Ich brauche meine Finger dazu nicht. Deswegen ist es bei mir auf dem Tablet selbst komplett ausgestellt, der Knopf. Und dementsprechend habe ich hier auch ebenfalls nichts zu verändern. Unter dem Pro Pen selber, also die Stifte oder die Stifteinstellung selber. Könnt ihr natürlich ein bisschen rumprobieren, auch je nachdem, welches Tablet ihr habt. Ich habe das im früheren Video mal gesagt, dass man hier die Empfindlichkeit der Stiftspitze durchaus mal runterstellen kann, weil das bei 2048 Druckstufen damals so war, dass man, wenn man das so gelassen hat, einfach viel zu stark drücken musste, damit der Strich klar wird. Und somit hat man sich so ein bisschen immer diese Handverspannungen zugezogen. Mittlerweile ist es mir egal, weil ich 8000 Druckstufen benutze. Da ist es alles wunderbar empfindlich und weich. Da braucht man eigentlich nicht viel zu machen. Wer das noch genauer anpassen möchte, dann kann man hier auf Anpassen gehen und hier mit den Kurven spielen etc. Auch hier wieder. Hier könnt ihr dann euer Tablet direkt testen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich die Maus bediene. Mein Mikrofon steht so ein bisschen halb auf meinem Tablet. Deswegen führe ich das jetzt nicht vor. Aber ihr könnt das hier gerne selber dann testen, wie sich das verhält und je nachdem auch die Kurve ummodellieren. Ihr könnt hier auch eine stärkere Neigung reinbringen oder sowas. Guckt ruhig mal rum. Ich habe das alles schon, wie gesagt, hinter mir. Ich verändere hier mittlerweile gar nichts mehr. Wenn ihr es zurückändern wollt, auch wieder auf Standard setzen, OK drücken, dann habt ihr hier wieder alles Standard. Zack, auch hier wieder und fertig. Wirklich hier den Radierer übrigens am Stift benutze ich gar nicht, falls ihr euch das fragt. Manche drehen den Stift und radieren dann mit der Spitze, weil sich das in Photoshop zum Beispiel automatisch auf das Radiergummi umstellt. Ich benutze das nicht mehr. Ich drücke auf der Tastatur E oder B und radiere und zeichne mit der Stiftspitze. Damit bin ich schneller als jedes Mal den Stift zu drehen. Deswegen mache ich das nicht. Auch hier dementsprechend keine Einstellungen vorzunehmen. Die allerwichtigsten Einstellungen sind jetzt nun allerdings unter Projektion. Und die schauen wir uns mal genauer an. Ich werde auch so ein bisschen versuchen, euch zu erklären, warum denn die so eingestellt werden, wie sie eingestellt werden. Und hier muss man tatsächlich ein paar Sachen ändern. Zum einen, Modus muss natürlich auf Stift stehen. Wir bedienen das Tablet mit dem Stift, nicht mit der Maus. Das ist ganz wichtig. Einmal hier. Müsste eigentlich Standardmäßig, glaube ich, auch auf Stift stehen. Und dann sehen wir hier meine beiden Monitore. Die sind jetzt natürlich in eins so gemerged. Standardmäßig wird es auch vollständig stehen. Das heißt, das Tablet projiziert einen kleinen Teil auf alle beide Monitore. Das wollen wir natürlich nicht, denn unsere Software läuft natürlich auf einem Monitor. Sprich, wenn ich links jetzt Twitter, so wie in dem Fall, oder Photoshop offen habe, dann möchte ich natürlich nur Bildschirm 1 verwenden. Und eigentlich ist das meine Einstellung. Ich ändere das niemals. Wenn ich irgendwas auf dem zweiten Monitor bedienen möchte oder so, dann benutze ich einfach die Maus und gehe damit drüber. Aber auf dem Monitor benutze ich halt nur das Tablet mit dem Stift. Immer Monitor 1. Der ist bei mir auch, wie ihr seht, ein bisschen größer. Das ist hier ein 27 Zoller und der Rechts für Referenzen etc. ist halt ein 24 Zoller. Deswegen hier gucke ich meine Filme, spiele meine Spiele und benutze mein Tablet mit der entsprechenden Grafiksoftware etc. Ganz, ganz, ganz wichtig. Tablet-Bereich natürlich vollständig. Wir wollen nicht nur einen Teil des Tablets nutzen. Allerdings hier Proportionen erzwingen. Und da gibt es wieder Unstimmigkeiten bei manchen, weil viele sagen, ich möchte ja das Ganze, also die ganze Arbeitsfläche für mein Tablet nutzen. Warum sollte ich das beschränken? Es ist super wichtig, das zu beschränken, Leute. Diese Proportionen erzwingen unbedingt an Haken. Denn was passiert denn eigentlich? Der Arbeitsbereich wird auf euren Monitor, den ihr gewählt habt, projiziert. Das heißt, wenn ich meine Maus jetzt zum Beispiel hier habe, dann ist sie hier oben. Habe ich die Proportionen erzwingen aus, wenn ich meine Maus jetzt hier habe, dann ist die Maus irgendwo ein bisschen ungenauer hier, weil einfach dieses Ratio, dieses Seitenverhältnis nicht mehr stimmt. Die Dimensionen sind dann anders und somit ist es ungenauer. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum das alles bei euch etwas ungenauer ist, daran liegt das. Unbedingt anhaken. Selbst wenn bei euch jetzt hier irgendwie diese zwei, zwei mal sechs oder so Zentimeter fehlen, die ihr dann nicht mehr benutzen könnt, das ist es wert. Das ist dann auch nicht mehr weiter schlimm und auch nicht mehr weiter wichtig. Viel wichtiger ist es, dass die Dimensionen von der Projektion stimmen, dass sie exakt übereinstimmen. Und warum das so wichtig ist, dazu kommen wir gleich noch. Da habe ich eine kleine Grafik gleich gerade ganz, ganz schnell für euch gesketcht. Da werde ich euch das Ganze noch mal genauer bei den Tipps ansprechen und erklären, warum das so wichtig ist und in was es Überspiel sozusagen. Auch sehr, sehr wichtig, was viele mittlerweile auch nicht wissen, ist, dass Windows Freihand verwenden immer angehakt sein sollte. Früher hat man das Häkchen immer ausgemacht und deswegen sind viele Leute immer noch verwirrt und machen das Häkchen aus oder wissen nicht, ob sie es anhaben sollten für Critter und aus für Photoshop etc. Mein Tipp oder meine Aussage im Endeffekt ist ganz klar, immer drin lassen und niemals irgendwas damit machen. Denn mittlerweile ist es so, dass Windows 10 und die ganzen Softwareprogramme und die Treiber aufeinander abgestimmt sind und das Ganze kommt sich nicht gegenseitig in die Quere. Ganz im Gegenteil, das ist jetzt so eine Art Co-Up von dem Treiber mit Windows Freihand und es muss angehakt sein, damit euer Stift und euer Tablet mit den Druckstufen etc. alles richtig funktioniert. Niemals aushacken, alles drin lassen, egal welches Programm ihr benutzt. So sieht es nämlich aus. Und somit hätten wir nun alle wichtigen Optionen hier durch. Man kann hier nochmal auf Optionen gehen, aber ehrlich gesagt auch hier habe ich alles im Standard-Mode. Hier müsst ihr nicht wirklich viel machen. Ihr könnt die Druckempfindlichkeit des Stifts anpassen, um ältere Anwendungen mit 1024 Druckstufen zu unterstützen, aber mir ist ehrlich gesagt keine bekannt, die so veraltet ist, dass man das noch machen sollte. Es sei denn, ihr benutzt irgendwie Photoshop CS2 oder irgendwie sowas, was wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird. Deswegen ist es eigentlich auch egal. So, dann hätten wir den Treiber auch durch. Ich glaube, hier habe ich auch nichts vergessen. Jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil und sprechen so ein paar andere Dinge durch. Zum einen springen wir dafür jetzt nach Photoshop. Hier habe ich die kleine Skizze vorbereitet, wie gesagt. Und anhand dieser Skizze möchte ich euch ganz gerne mal zeigen, worauf es wirklich ankommt bei dem Umgang mit dem Tablet. Wie das überhaupt liegen sollte auf eurem Schreibtisch. Ich habe das schon korrekt eingezeichnet. So sieht ungefähr mein Schreibtisch auch aus. So ist das Ganze bei mir aufgebaut. Ich lasse mein Tablet nicht dauerhaft dran. Deswegen habe ich das vorne in den USB-Slots drin. Falls ich das nicht brauche, lege ich das dann irgendwie zur Seite hier oder auf den anderen Tisch. Ich habe hier noch einen zweiten Tisch daneben stehen. Dann packe ich das einfach weg und stöpsel das eventuell aus, mache ein Gamepad dran oder irgendwie sowas. Es muss nicht dauerhaft irgendwie dran sein oder so, falls ihr euch das fragt. Und ganz, ganz, ganz wichtig hierbei. Ich stelle mal die Farbe so ein bisschen auf blau. Ich habe, wie gesagt, jetzt nur meine Maus zur Verfügung. Ich muss mir eine Lösung überlegen. Ich habe jetzt halt das Mikrofon hier draufstehen. Das passt hier auf dieser Tischkonstellation nicht so richtig. Das heißt, mein Mikrofon steht jetzt hier drauf. Ich kann hier die Fläche gerade nicht benutzen, um euch Dinge zu zeichnen. Das muss ich ein bisschen ändern. Vielleicht mit einem Greifarm oder sowas habe ich mir noch nicht überlegt, ehrlich gesagt. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Diese Ecken hier von diesem Tablet, vom Arbeitsbereich, werden projiziert, wie gesagt, auf euren Monitor. Das ist Bildschirm 1. Ich mache mal eine 1 dahin und hier eine 2, eine hässliche 2. Und hier machen wir halt einfach mal Linien, wie das denn im Endeffekt eigentlich wirklich funktioniert. Das hier passiert dabei nämlich. Und es ist wichtig, dass dieser Bereich hier parallel auf euren Monitor projiziert wird, damit ihr möglichst genau arbeiten könnt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr euer Tablet natürlich recht gerade hier liegen haben solltet. Jetzt habe ich natürlich hier eine schiefe Linie gemacht. Denken Sie euch einfach gerade. Das ist halt, ne? Ist halt einfach schnell eingezeichnet. So, korrigiert. Wie ich das im Endeffekt jetzt mache. Also ich sage das auch nur, weil ich das schon oft gesehen habe und auch selber früh gemacht habe, dass Leute ihr Tablet irgendwie hinlegen. Zum Beispiel schief auf den Tisch. Dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ihr dann hier drauf zeichnet, dann wird das Ganze aber auf eine gerade Fläche projiziert. Das heißt, wenn ihr hier einen schiefen Strich macht, wird er hier auf dem Monitor gerade sein und so weiter. Das ist wirklich, da rate ich stark von ab. Macht das nicht. Legt euer Tablet ganz gerade auf den Tisch. Ich mache das meistens so, dass ich hier gucke, diesen Abstand, ob der parallel ist. Sprich, ob hier eine Ecke nicht irgendwie zu weit von der Tischkante weg ist oder umgekehrt, dass die zu nah dran ist oder so, sondern möglichst gerade, möglichst parallel diese Linie zu dieser Linie hier ist. Und dann gucke ich einfach, wie gerade ist es auf meinem Monitor. Ich spreche hier von dem Arbeitsbereich, nicht von dem ganzen Tablet. Das ist auch noch mal zu unterscheiden, weil der Arbeitsbereich ist im Endeffekt so. Ich mache hier mal ein Kreuz rein, damit man sieht, wo die Mitte ist. Und die Projektion ist natürlich auch hier so. Und dieser Bereich hier, der fällt ja eigentlich weg. Es wird jetzt langsam verwirrend, weil ich so viel hier rumkritze, aber ich kann ja mal eine andere Farbe benutzen. Dieser Bereich fällt ja eigentlich weg, weil wir nicht darauf zeichnen. Das ist einfach nur ein Zusatzbereich. Das heißt, wichtig ist einfach nur dieses Rechteck hier und dieses Rechteck. Und was wir im Endeffekt erreichen wollen, ist, dass die Mitte mit der Mitte übereinstimmt und dass die Kanten mit diesen Kanten einigermaßen übereinstimmen. In meinem Fall zum Beispiel ist der Monitor natürlich etwas größer als die Arbeitsfläche des Tablets. Aber da die ganzen Dimensionen stimmen durch die Proportionen etc., stimmt das Ganze dann überein. Das ist sehr wichtig. Das machen viele, viele falsch, wie gesagt. Und dann wundern sie sich, weil jedes Mal das Tablet irgendwie ein bisschen anders liegt und diese ganzen, ja, diese ganzen Winkel nicht mehr so hundertprozentig stimmen. Das ist irgendwie so ein bisschen off ist, dass man halt nicht genau den Punkt trifft, den man treffen möchte. Das ist wichtig, Leute. Achtet bitte darauf. Und ansonsten, was kann ich noch dazu sagen? Tipps zum Umgang mit dem Tablet? Achso, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will aber einen Strich sehen, machen auf dem Monitor, der geht so anstatt nur so. Und das gelingt mir nicht so gut, aufgrund hier, dass mein Tablet einfach nur gerade liegt. Im echten Leben, wenn man jetzt auf einem Blatt Papier zeichnet, dann würde man das einfach rotieren. Das ist jetzt unser Blatt Papier, sagen wir mal. Und dann würdet ihr das einfach rotieren, dementsprechend, damit ihr einen anderen Strich machen könnt. Habt ihr sicher schon selber benutzt oder gesehen. Das funktioniert in Software genauso. Es gibt in fast praktisch jeder Software gibt es eine Rotationsfunktion. Ich kann sie euch auch direkt vormachen. Wenn ich hier jetzt in Photoshop R drücke, dann kann ich das Bild rotieren und kann meine Striche so machen, wie ich will. Und das Tablet bleibt aber dabei gerade liegen, so wie wir das gerade besprochen haben im Endeffekt. Das hat keinen Einfluss darauf. Also bitte immer gerade und immer frontal zu eurem projizierten Monitor liegen haben und so ein bisschen darauf achten. Das wird euch auch besser machen und den Umgang mit dem Tablet auf jeden Fall verbessern. Des Weiteren gibt es natürlich verschiedene Hilfsmittel, die ich auch schon durchgekaut habe. Zum Beispiel könnt ihr das gewöhnliche Blatt Papier, was ich hier eben eingezeichnet habe, in der Größe eures Tablets nehmen und ihr könnt es einfach da drauflegen. Das heißt, die Oberfläche des Tablets ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, wenn ihr so viel arbeitet wie ich und ihr kauft euch ein neues Tablet, ist die Oberfläche des Tablets noch ein bisschen rau und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Man hat so ein bisschen Widerstand, weil es ja im Endeffekt Plastik auf Plastik doch ist. Aber nach irgendwie zwei, drei Tagen ist die Oberfläche komplett weg und das Ding ist allglatt. Und das heißt, ihr habt nicht mehr so viel Kontrolle. Ihr habt keinen Widerstand mehr. Das gleitet, als werdet ihr da auf Schlittschuhen unterwegs im Endeffekt mit eurem Stift. Ihr könnt ein Blatt Papier drüberlegen. Der Vorteil ist, ihr habt wieder diesen Widerstand und ihr müsst nicht aufwendige, teure Folien für das Tablet kaufen oder sowas, extra von Wacom oder so. Könnt ihr machen, das funktioniert sehr, sehr gut durch. Also der Stift, der zeichnet trotzdem durch das Papier durch und so weiter und dann habt ihr den Widerstand etc. Der Nachteil ist, dass im Papier natürlich schnell Rillen entstehen und ihr müsst das Papier jedes Mal wechseln. Und auch, dass die Stiftspitze sich etwas schneller natürlich abnutzt, weil je mehr Struktur ihr habt, desto schneller nutze ich natürlich die Stiftspitze auch ab, weil die, ja, das Plastik lagert sich halt auch so ein bisschen ab in diesen Rillen etc. Ich habe das mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr gemacht. Das hat einfach nur den Grund, dass ich mich damit angefreundet habe oder ja, damit abgefunden habe, dass dieses Medium nochmal glatt ist und ich muss einfach mit dieser glatten Oberfläche zurechtkommen und das funktioniert für mich schon viele Jahre gut. Ihr habt mich ja schon öfter zeichnen gesehen. Es funktioniert einfach alles. Man gewöhnt sich dran. Es ist nicht so schlimm. Ihr braucht dieses Blatt Papier im Grunde nicht. Es ist eine nette Spielerei, aber die macht man meistens nur auf Zeit und irgendwann ist es einem auch egal und man zeichnet einfach weiter. Es gibt verschiedene Übungen, wie ihr den Umgang mit dem Tablet verbessern könnt. Ich werde euch ein paar vormachen, die ich auch bei anderen gesehen habe und ein paar, die ich mir so ein bisschen selber beigebracht habe dafür. Aber, naja, dazu sage ich gleich noch was. Im Endeffekt ist es so wie in der Schule, wenn ihr euch noch an die erste oder zweite Klasse erinnert, als ihr Buchstaben und Zahlen zeichnen und schreiben und so weiter gelernt habt. Da habt ihr im Endeffekt diese Hefte gehabt. Die haben dann zum Beispiel Linien gehabt und da habt ihr dann immer euer A reingezeichnet, irgendwie 5000 Mal oder euer B oder euer 1 oder was auch immer, wenn es irgendwie Kästchen waren im Matheheft. Die waren dann extrem groß früher noch. Dann hat man da seine 1 geübt. Wie schreibt man die richtig? Und am Ende wird es dann so eine 2 wie bei mir hier total krakelig und das nicht. Aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Beim Tablet ist es ähnlich. Ihr könnt die gleiche Technik im Endeffekt auch verwenden. Nehmt einfach so einen, jetzt nehme ich doch meinen Stift zur Hand. Kleinen Augenblick. So. Nehmt einfach, äh, Moment, ich muss mal so ein bisschen hochscrollen, weil ich jetzt nur den untersten Teil meines Tablets zur Verfügung habe. Nehmen wir an, ihr macht sowas hier und dann könnt ihr einfach üben, Kreise reinzuschreifen. Zu zeichnen zum Beispiel, dass die möglichst eben wären, etc. Ähm, dass ihr so ein bisschen darauf achtet, dass die immer gleich groß sind, dass ihr immer zwischen den Linien landet und sowas. So könnt ihr das Ganze üben. Ihr könnt dann verschiedene Kreuze oder Linien oder so reinmachen. Welche Form ihr da reinmacht, bleibt euch überlassen. Hier ist einfach nur der Umgang mit dem Tablet zu üben. Ihr könnt dann Dinge auch reinschreiben, wie Tablet. Sowas hier. Ihr seht es, ich treffe das praktisch blind, ne, obwohl ich auf eine schwarzen Oberfläche zeichne. Ich gucke die ganze Zeit auf dem Monitor dabei. Ähm, es ist jetzt nicht das schönste Gebilde, aber ehrlich gesagt halte ich auch nicht so viel davon. Man kann es ein paar Mal machen. Im Endeffekt habe ich das vielleicht auch einen Tag lang gemacht. Und dann habe ich es wieder vergessen, weil wie ich meinen Umgang mit dem Tablet gelernt habe, ist recht simpel. Ich habe es einfach nur benutzt. Und da steckt auch keine besondere Magie hinter. Ich wollte das schon sowieso immer sagen. Die Magie steckt sowieso nicht in eurem Stift, sondern in euch. Und je besser ihr werdet, desto besser werdet ihr auch zeichnen. Und, ähm, da das Medium für euch noch ungewohnt ist, müsst ihr euch langsam daran gewöhnen und das Ganze eben einfach lernen. Weil wir hatten auch an der Games Academy Leute, die gesagt haben, ich habe schon ewig auf Papier gezeichnet, ich bin gut darin. Jetzt komme ich zur Games Academy und jetzt arbeite ich das erste Mal mit einem Grafiktablet, mit einem digitalen Tablet und es ist allglatt. Die Oberfläche ist glatt, meine Striche gelingen nicht so gut, ich bin schlechter. Und dann haben einige einfach nur zum Beispiel den Wacom Inc. geholt oder sowas und gesagt, ja, das ist prima. Ich zeichne wieder auf Papier, das Ganze wird direkt abgescannt und in den Computer übertragen. Aber das ist eine Umgehung des Skills. Natürlich, wenn, also das Tablet ist, ein neues Medium. Ihr habt das vorher noch nie benutzt. Natürlich werdet ihr schlecht am Anfang sein. Erwartet, dass ihr am Anfang schlecht damit seid. Aber ihr werdet den Umgang lernen. Stellt euch einfach darauf ein, wenn ihr es wirklich lernen wollt, wenn ihr painten wollt wie ich und andere Profis und was weiß ich wer, euer Vorbild, das ist vielleicht das beste Beispiel, wenn ihr so gut sein wollt wie euer Vorbild oder die Art ist, die ihr online mögt, dann lernt einfach den Umgang mit dem Medium. Die haben das genauso gemacht. Ganz im Gegenteil zu heute gab es diese ganzen Tricks und diese ganzen Tutorials erst recht gar nicht. Die haben sich gar nicht damit befasst, ob man wirklich ein Blatt auf ein Tablet legen kann oder sowas. Das war bei mir zum Beispiel auch der Fall. Ich habe den Umgang mit dem Tablet gelernt, indem ich es benutzt habe. Ich habe angefangen zu sketchen, Leute zu zeichnen. Ich habe das Tablet dafür benutzt, wofür ich es später auch benutzen würde. Und das hat mir die meiste Erfahrung gegeben und mich den Umgang mit dem Tablet gelernt. So lernt ihr den Umgang mit dem Tablet eigentlich am besten. Macht meine Tutorials, folgt den ganzen Sketch-Videos, versucht damit zu painten und so weiter. Ihr werdet automatisch besser damit werden. Und irgendwann achtet ihr gar nicht darauf. Ganz ehrlich, man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen. Es ist ein Werkzeug, das ihr benutzen müsst, beziehungsweise es lernen müsst, das Ganze zu benutzen. Und es kommt natürlich nicht über Nacht, aber bei manchen geht es halt ein bisschen schneller und bei anderen dauert es ein bisschen länger. Irgendwann kommt es halt und ihr werdet besser darin. Es wird sich auch nie wirklich komplett anfühlen wie auf Papier mit einem Bleistift. Man kann es als Vergleich ziehen, dass es gleichwertig ist, aber es fühlt sich nicht genauso an, denn es ist ein anderes Medium. Das ist ja ähnlich, als würdet ihr sagen, ich kann genauso gut mit Ölfarben umgehen wie mit einem Bleistift. Das kann einfach nicht stimmen, weil unterschiedliche Medien, er macht ja unterschiedliche Dinge mit diesen Sachen. Mit dem einen paintet ihr und mit den anderen zeichnet ihr, zieht Linien etc. Ich hoffe, das nimmt euch so ein bisschen die Illusion von, ich bin schlecht mit dem Tablet, denn ganz oft sagen das Leute, die einfach noch nicht wirklich damit gearbeitet haben. Wenn ihr schlecht im Zeichnen seid, wenn ihr noch nicht wirklich die ganzen Zeichensachen drauf habt, nehmen wir mal an, ihr seid einfach noch nicht gut im Zeichnen oder Painten. Dann hilft es auch nicht zu sagen, ich bin schlechter mit dem Tablet, weil es einfach nicht der Fall ist, weil was ihr jetzt lernen müsst, ist einfach Zeichnen und Painten. Und der Umgang mit dem Tablet, das Tool, das ihr benutzt, ist sekundär. Wenn ich zeichnen kann, dann kann ich auf einem Blatt Papier zeichnen und ich kann auch digital zeichnen. Ich habe das euch schon mal vorgeführt, auch als ich im Urlaub war. Da hatten wir bei den alten Videos diese Hellgirl gemacht und sowas. Das ist vollkommen egal. Es ist ein anderes Medium, aber ihr könnt es halt umsetzen, wenn ihr euch so ein bisschen daran gewöhnt habt. Soviel dazu. Was haben wir denn noch hier? Ich gucke mal hier auf meine Notizen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen, welche Größen wofür am besten sind. Wenn ihr zum Beispiel nur Texturen für euer 3D-Modell painten wollt und das gar nicht zum Zeichnen benutzen wollt oder sculpten, reicht euch meistens auch eine etwas kleinere Größe wie A5. Das hatte ich im letzten Video so ein bisschen vergessen dazu zu sagen, wie ein paar andere Dinge auch. Aber ich habe das ja auch in den Kommentaren dann nochmal dazu geschrieben, was ich da so ein bisschen vergessen hatte. Dann reicht das aus, weil Texturenpainten meistens ein bisschen simpler ist, weil ihr auf einer 3D-Oberfläche paintet. Da ist es nicht so, da müsst ihr nicht so super, super, super präzise sein etc. Und da ist es einfach ein bisschen besser. Ich hatte auch dazu gesagt, dass ein A5 weniger präziser ist. Das ist natürlich Quatsch. Das ist schneller, nicht weniger präziser. Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Das tut mir auch leid. Und dann haben wir hier natürlich noch eine Sache, die wir besprechen müssen und das sind Stabilisierungstools. Und ganz zum Schluss habe ich nochmal für die Critter-Nutzer einen kleinen Tipp. Stabilisierungstools sind Alltag. Die sind immer in eurer Software vorhanden. Viele denken immer noch, wenn ihr Stabilisierungstools nutzt, sprich eure Lines werden so ein bisschen mehr geglättet etc. Dann könnt ihr nicht wirklich zeichnen. Dann bedient ihr euch eines Cheats sozusagen. Das ist alles Quatsch. Jedes Software hat das irgendwo eingebaut. Vielleicht seht ihr es nicht oder könnt es nicht verändern, aber es ist meistens vorhanden, weil man diesem Digitalen halt so ein bisschen entgegensteuert mit Algorithmen etc. Und hier im Falle von Photoshop zum Beispiel haben wir hier ganz oben diese Smoving-Option. Die habe ich immer auf 11%, weil ich das für mich als am besten befunden habe. 11% sind für mich nicht allzu schnell, aber auch nicht so langsam, dass man denkt, man benutzt einen sehr, sehr schweren Stift. Im Endeffekt ist es so eine Art Waiting-Sache, dass ihr die Linien zieht und sie werden halt so ein bisschen sauberer und klarer. Könnt ihr mal gerne mit rumspielen. Aber das Geheimnis von sauberen Linien ist eigentlich ein ganz anderes. Wenn ich jetzt ganz langsam eine Linie ziehe, seht ihr, was passiert? Das wird ja auch mit allen Medien passieren, nicht nur digital. Das werdet ihr mit einem Bleistift genauso machen. Es wird ganz wabbelig, ganz schlagsig. Ich summe mal so ein bisschen rein, dann sieht man das genauer. Seht ihr all diese Bubbel hier drin? Im Endeffekt macht das, wenn ich jetzt eine Seitenansicht machen würde, dann macht es den hier. Das ist vollkommen normal. Lasst euch davon nicht irgendwie täuschen oder verwirren. Viele stört das ja sehr bei Lineart, weil sie extrem eben saubere Linien möchten oder irgendwie sowas. Das Geheimnis von sauberen Linien liegt unter einem, zum einen natürlich in der Strichführung. Wenn ihr so ein bisschen schneller die Strichführung macht, werden die Linien entsprechend auch glatter und einfach genauer und schöner und flüssiger. Wenn ich hier jetzt rein zoome, seht ihr das. Das ist alles schön sauber. Und gerade, auch wenn es Kurven sind. So dämlich das auch klingt. Aber so im Endeffekt funktioniert das Ganze. Das ist das Geheimnis von sauberen Lines und zum anderen natürlich auch die Auflösung. Je höher eurer Auflösung, desto weniger fällt es auf, dass ihr hier wobbly Lines habt. Wenn ich jetzt nämlich weit rauszoome, dann sieht man das nicht mehr so sehr. Und er sieht deutlich gerade aus. Ich hoffe, das sieht man noch im Video. Soviel zu Lines, falls ihr euch das schon mal gefragt habt. Stabilisierungstools sind keine Schande. Und für Linework, wie man das aus dem traditionellen beziehungsweise allgemein so kennt, ist es sogar Pflicht meiner Meinung nach. Ihr werdet das sonst nicht so wirklich gut hinkriegen. Man kann es machen, aber ja, dann ist es mit diesem Steuerung Z Trick, dass ihr eine Linie setzt, die stimmt nicht. Steuerung Z, noch eine Linie, stimmt nicht. Steuerung Z, etc. Was ich euch empfehlen kann, übrigens hier einmal schnell nach Gritter springen. Hier habt ihr das Ganze natürlich auch. Das haben wir uns ja im Tutorial eingestellt. Unter den Tool Settings haben wir hier Brush Smoothing und das ist automatisch immer auf Basic eingestellt. Das meine ich nämlich, dass ihr das in fast oder wirklich in jeder Painting Software mit drin habt. Ihr wisst vielleicht noch nichts davon, weil es keine Option dafür gibt, es zu verändern. Hier könnten wir zum Beispiel auf Waitant gehen und hier die Werte verändern. Ich habe das für mich schon übrigens angepasst. Da kommen keine Sorge noch Tutorials zu in der Critter Reihe. Und hier haben wir den Stabilizer. Den würde ich zum Beispiel für Lineart etc. verwenden, wo man wirklich, wenn man jetzt eine Linie zieht, sieht, wie die nachzieht. So verhält sich das Ganze. Ansonsten habt ihr noch eine Möglichkeit und die nennt sich Lazy Nazumi. Lazy Nazumi ist ein Plugin, das wirklich sehr, sehr gut ist. Hier habe ich das auch schon aufgemacht. Jetzt habe ich mein Programm minimiert aus Versehen. Lazy Nazumi ist ein Plugin, das macht im Endeffekt genau das, was dieses Smoothing bewirkt und ein paar Funktionen mehr. Viele Profis benutzen das schon seit vielen Jahren für ganz verschiedene Tasks. Ich werde jetzt nicht alles davon vorführen, weil ich, das ist keine bezahlte Werbung oder sowas. Ich mag einfach das Programm sehr gerne und habe das früher benutzt, bevor Photoshop Smoothing hatte. Hier gehen wir einfach hier drauf. Ihr habt hier verschiedene Linealfunktionen. Ihr könnt damit ganz lustige Sachen machen. Wenn ich das jetzt einstelle, dann habt ihr hier diese Masken im Endeffekt, wie so Schablonen. Und anhand dieser Schablonen könnt ihr halt arbeiten und verschiedene Dinge machen. So funktioniert das im Endeffekt. Hier ist diese Spirale, die wir gerade hatten. Wenn wir hier zum Beispiel auf irgendwas Paralleles gehen. Das sind so Zickzack-Linien. Weil ich jetzt auch eben mit der Maus hier dran bin, funktioniert das Ganze natürlich nicht so ganz richtig. Aber ist ganz lustig, finde ich. Solche Geschichten könnt ihr damit machen. Ist nicht unbedingt notwendig mittlerweile, weil jedes Programm dieses Smoothing hier hat. Aber ansonsten wollte ich das Ganze natürlich nicht auslasten und euch auch noch mal zeigen. Man kann damit auch ganz gut Perspektive zeichnen und sowas. Falls euch das Ganze interessiert. Ich glaube, ich habe das hier auch offen. Lazy Nezumi. Genau hier war das. Ja, könnt ihr euch hier. Ich packe es euch einfach in die Beschreibung. Dann könnt ihr da drauf gehen, euch das Ganze ansehen. Ihr könnt das Ganze irgendwie 15 Tage testen. Ansonsten ist das leider kostenpflichtig. Kostet aber auch nicht die Welt. Mal gucken, was es eigentlich kostet. Ja gut, 27 Euro ist auch nicht so wenig für so ein kleines Plugin. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das einmal besitzt. Ist nicht schlecht, nicht wahr? So, jetzt kommen wir zu den Critter-Usern. Für euch habe ich nämlich einen Tipp, bevor ihr euch überhaupt ein Tablet wirklich anschafft. Wenn ihr das ausschließlich mit Critter verwenden wollt, auch diesen Link packe ich jetzt in die Beschreibung, dann guckt euch bitte diese Liste an. Und zwar handelt er sich hier um eine Liste von unterstützten Tablets für Critter. Hier links sehen wir immer den Hersteller. Dann sehen wir in der Mitte das Modell von dem Tablet und ganz rechts den Status des Tablets, ob es bekannt ist, wie gut es mit Critter funktioniert. Wenn wir jetzt zu einem etwas bekannteren Tablet-Hersteller zum Beispiel gehen, hier Yuan Turcom, den H420 zum Beispiel. Da ist bekannt, dass es funktioniert mit Critter. Das Tablet könntet ihr euch locker holen und es wird halt laufen. Oder gehen wir ein bisschen weiter runter. Gehen wir mal zu Wacom zum Beispiel. Hier funktionieren wirklich praktisch alle Tablets, sogar die ganz alten. Da braucht ihr euch gar nicht gegen zu informieren, denn hier funktioniert einfach alles mit. Ansonsten haben wir hier XP-Pen. Manche sind unbekannt. Vielleicht geht dieses Tablet, man weiß es halt nicht. Es gab noch keine Reports. Ein bestimmtes Tablet hier, Star05 Wireless, geht nur mit dem Star04-Treiber. Wahrscheinlich mit einem Star05-Treiber nicht mehr. Da müsst ihr mal gucken. Es gibt auch Tablets, die funktionieren wirklich gar nicht mit Critter. Zum Beispiel hier, Reported to be Broken. Dieses von UG, wie auch man das ausspricht, M1000L, funktioniert halt gar nicht mit Critter. Oder falls ihr einen dieser Hersteller habt und euch wundert, warum in Critter alles so kaputt ist und nicht funktioniert, kann es durchaus sein, dass euer Tablet einfach von dem Programm nicht unterstützt wird. Und das Programm erkennt praktisch dieses Tablet gar nicht. Es denkt dann einfach, ihr benutzt die Maus. Und dann ist alles wirklich kaputt. Also bitte vorher informieren oder wie auch immer, vielleicht zwischendurch informieren. Ich hätte das natürlich im ersten Video dazu sagen können, aber es hat nicht wirklich reingepasst. Denn im ersten Video ging es nur um Tablets an sich und nicht in Verbindung mit Critter. Deswegen, ich hoffe, dass ihr mir das Ganze so ein bisschen nachsehen könnt. Es war halt einfach, ja, nicht so geplant. Außerdem ist diese Liste ja auch nur für Leute, die das Ganze planen, nur mit Critter zu verwenden. Und alle anderen können sich halt getrost jedes Tablet holen. Mit Photoshop ist meistens jedes Tablet irgendwie kompatibel. Ich habe da noch nichtmals eine Website gefunden für Photoshop, die sowas hat hier, weil die meisten einfach damit funktionieren sozusagen. Ich denke, somit haben wir alles durchgekaut. Ich gehe nochmal kurz hier in die Liste. Ja, das war es eigentlich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber meine Notizen sagen, wir haben jetzt alles durchgesprochen. Ich hoffe, ich war euch in irgendeiner Hinsicht auch hilfreich, dass ihr vielleicht ein paar Fragen klären konntet oder dass ihr ein paar Übungen für euch rausgefunden habt, die ihr ganz gerne verfolgen möchtet. Seien das irgendwelche Kreise. Wenn ihr das genauer sehen möchtet, googelt ruhig mal oder geht auf YouTube und gebt da mal Peter Hahn ein. Wir können das eigentlich auch mal ganz schnell zusammen machen. Ich gehe mal auf YouTube und dann machen wir einfach mal hier Peter Hahn. Ich glaube, mit Doppel-A wieder geschrieben. Vielleicht noch Art dahinter schreiben oder so. Oder wird einfach Hahn geschrieben. Ja, der ist das nämlich, Peter Hahn. Der hat auch, glaube ich, einen eigenen Kanal anscheinend. Ist ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Der unterrichtet das schon ewig und hier Dynamic Sketching. Ich stelle das mal aus. Klicken wir einmal durch. So, er zeigt euch auch die ganzen geometrischen Formen. Vielleicht hilfreich, sich mal sowas anzusehen. Da seht ihr es auch mit diesen ganzen Linien. Erstmal kleine Linien, mittlere Linien, große Linien und dann die ganzen Formen da reinzeichnen, irgendwelche Kreise oder irgendwelche Bögen zu machen und sowas. Wie gesagt, das sind die Basics. Aber so heißt ja auch die Reihe Tablet Basics. Deswegen könnt ihr euch das Ganze hier angucken. Auch hier gibt es nochmal Dynamic Sketching 2. Das haben wir auch schon mal gemacht übrigens. Ah ja, hier geht es dann um Textures und sowas. Ist mit Sicherheit nicht verkehrt, das mal zu machen. Auch hier diese Form. Habe ich euch aber auch im Grunde auch in so einer Art von Video auch schon mal gezeigt. Wenn ihr euch wirklich mit dem Tablet verbessern wollt oder sowas, macht durchaus sowas mal einen Tag lang. Und mit einem Tag meine ich natürlich acht Stunden ungefähr oder sowas, in denen ihr wirklich nur sowas macht. Und dann werdet ihr merken, dass ihr so ein bisschen genauer damit werdet etc. Aber übertreibt es nicht. Wie gesagt, die Magie steckt nicht in eurem Stift und nicht in irgendwelchen Kringeln, sondern in euch selbst. Wenn ihr wisst, was ihr zeichnen wollt und euch dementsprechend in der Kunst auch verbessert, wird das auch automatisch alles besser werden. Somit verabschiede ich mich und hoffe, es hat euch gefallen. Drückt mir bitte ein Like rein, wenn dem so war. Wenn nicht, dann natürlich Daumen runter. Und abonniert auch meinen Kanal, falls ihr mich noch nicht kanntet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.